Wien, Wiesbaden und der SC Paderborn trennen sich 1 zu 2. Die Paderborner drehen das Spiel nochmal kurz vor Schluss und melden sich, denke ich, wieder zurück im Kampf um den Aufstieg. Also Paderborn darf man nicht abschreiben, auch wenn das gegen Kiel letzte Woche absolut unwürdig war. Aber trotzdem darf man die nicht abschreiben. Allerdings waren es die Wiesbadener, die durch Kovacevic in der 30. Minute in Führung gegangen sind. Ob verdient oder nicht, das 1 zu 0 Stand darf er wählen, Wiesbaden, die ja, man weiß es ja aus der Saison, nicht so viele Chancen brauchen, um in Führung zu gehen. Allerdings hat das nicht so lange gehalten, denn Costant von Paderborn in der 39. mit dem Ausgleichstreffer und somit auch dem 1 zu 1 Pausenstand. In der zweiten Halbzeit Paderborn mit mehr Chancen, Ballbesitz war allerdings ausgeglichen, würde ich sagen. Und Paderborn braucht den Sieg, Wien natürlich auch. Die haben jetzt insgesamt das vierte Spiel in Folge nicht gewonnen, das zweite in Folge verloren und rutschen damit selber jetzt so wieder in diesen Abstiegskampf rein, was man ja eigentlich vermeiden wollte. Paderborn allerdings hatte dann den Matchwinner Bill Bia in der 82. Minute, der das 1 zu 2 erzielte und somit steht man jetzt bei 37 Punkten, ist wieder oben mit dabei. Ich sag ja, Paderborn darf man noch nicht abschreiben, was ja viele, denke ich, getan haben, gerade nach der 0 zu 4 Niederlage gegen Kiel. Aber heute war das auch vielleicht nicht das schönste Spiel, aber ein Arbeitssieg und ein wichtiger Sieg. Und Wien Wiesbaden muss wieder dringend Punkte sammeln, weil sonst wird das nochmal richtig eng. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.